Jahrhundert 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 Der aktuell bei Nolan. Dem hat es die Schwache verschlagen. Es ist jetzt mehr der stille Typ. Sie führen Krieg gegen die Welt. creates Er vertraut Makarov blind. Makarov braucht ihn. Er kontaktiert ihn laufend er weiß das was nicht stimmt. Du hast ihren Funk abgehört? So ist es. Nolan ist verstummt, aber sein Funk und Telefon sprechen Bände. Was wissen wir? Sie bringen jemanden oder etwas zu einem verlassenen sowjetischen Gefängniskomplex. Oh. Sibirien. Wann? Morgen. Das ist unsere Chance auf Makarov. Ist nicht gesagt, dass er da ist. Ich spekuliere drauf. Dachte ich mir. Nick kann euch rein und raus bringen. Ich will alle dabei haben. Auch Pharah. Sie und Ghost sind die besten Scharfschützen, die ich kenne. Ihr könnt sie unterwegs aufsammeln. Ich gebe es weiter. Wir brauchen C4 und Trockenanzüge. Wir werden nass. Makarov auch. Watcher an 07. Wie ist die Lage? 07 in Position mit Kilo. Bravo ist im Wasser. Verstanden. Wo ist unser Objekt? Können wollen nähen sich. Südosten. Vier Fahrzeuge. Irgendwas von Makarov? Noch nicht, aber das dritte Fahrzeug ist gut bewahrt. Ghost und alle Bravo bestätigen. Touristen. Das dritte Fahrzeug ist gut. Vier Paare. Oh Gott. Verstanden, da kommen Sie. Verstanden, da kommen Sie. Mit dem Ziel dürfte die Luft ausgehen. Fahrzeug sicher. Kein Makarov. Ziel negativ. Kein Makarov, mein Gefangener. Ziehen wir ihn raus. Roger. Gefangener gesichert. Wir tauchen auf. Stehe bereit. Sechs an Watcher. Kein Makarov. Das Ziel war nicht im Konvoi. Gefangener abgefangen und gesichert. Wer ist das? Moment. Herr im Himmel. Max Tavish. Was zur Hölle? Captain. Gibt es irgendeine Shitshow, wo Sie nicht mitmischen? Ghost, siehst du das? Im Visier. Legen wir ihn einfach um und Gutes. Sechs, wen habt ihr da? Den verdammten Goat Eagle. Shepard? In Fleisch und Blut. Heiliger Scheiße. Cap, wir sind hier ungeschützt. Bringen wir ihn weg. Was tun Sie hier? Die jagen uns schon. Sie fanden mich zuerst. Was war der Preis für Ihr Leben? Absolut nichts. Blödsinn. Ich bin ein Vier-Sterne-US-General. Und trotzdem leben Sie noch. Werfen wir den Penner zurück in den See. Ich kenne Makarovs nächstes Ziel. Sie wussten nicht mal, dass Sie das Ziel waren. Ach, Sie sind auf der Stelle getreten, bevor ich einschreite. Dann sagen Sie schon. Zuerst holen Sie mich hier raus. Alle Stationen, da kommen Helis aus dem Norden. Noch zehn Klicks. Roger. Befehle, bravo. Die Oligarchien-Info war gut. Selbst wenn ihr jetzt lügt, ist er für uns noch nützlich. Ohne ihn stehen wir mit leeren Händen da. Ghost, Fahrer, zur Exfiltration. Roger. Roger. Sag Nick, wir sind einer mehr. Schon besser. So. Geben Sie mir eine Jacke und ne Waffe. Nein. Ne Waffe geht. Hilfe wäre gut. Ne Pistole und Thermaljacke. Sie halten sich an Gas. Und Vorsicht. Sonst töte ich Sie selbst. 6 an Watcher. Schieß los, Bravo. Gehen zu Fuß bis zum Transport und fahren dann zur Landezone für Extraktion. Euer Gast könnte euch verlangsamen. Passt auf euch auf. Ende. Es zieht Nebel auf. Gute Zeit für Thermalsicht 6. Thermalsicht an. Ich friere mir hier den Arsch ab. Eine leichte Unterkühlung bringt Sie schon nicht um. Das klingt nach mangelnder Disziplin, Sergeant. Hützen Sie ihn nicht, General. Entschuldigung. Im Conni-Heli waren Schützen. Sehe Sie in Thermalsicht. 11 Uhr. Die suchen nach mir. Hätte nicht über Lust, Sie finden zu lassen. Die Klappe halten, verdammt. Wir brauchen jetzt eine Entscheidung, Captain. Wir können sie passieren lassen. Wir hätten längst angreifen sollen. Gas, er soll still sein. Wir haben noch keine Bewegung, Hauptsache. Da kommt noch ein Trapp. Da kommt noch ein Trapp. Die Klappe halten, die Klappe halten. Die Klappe halten, die Klappe halten. Mehr nach. Sie ziehen weiter. Alles sicher? Sicher. Da kommt noch das. wie weit ist unser transport scharf schütze kann die laufen hinter uns auf der mal sich zeigt nichts das bewacht scheppert so und ich übernehmen den scharf schützen wie nachgenau gibt es aktivität ich suche feindlicher scharfschütze wechselposition der bastard versteckt sich vorsicht ist die irgendwo scharfschütze bewegt sich scharfschütze in der nähe scharfschützen scharfschütze ausgeschaltet alles sicher gute arbeit captain hier ist bei mir sammeln ich hoffe ihre infos sind das wert meine infos sind es immer wert so ihr kriegt sie wenn ich hier raus bin da vorne ist unser truck offenbar haben wir einige bewunderer bestätigt angriffsteam sechsanfahrer und ghost unser transport ist kompromittiert ghost sichert die landezone treffe euch am sägewerk geht zu fuß über den kamm hinter dem feld verstanden bei unserem glück treffen wir noch mehr besucher im truck sind munition und vorräte wir sollten sie uns holen im wald können wir uns vorbeischleichen angreifen oder vorbeischleichen deine entscheidung scharfschütze unter dem baum stumpf an mit an am an wenig munition schütze eliminiert scharfschütze liegt am Boden treibt ihn aus der Deckung Kapitän der Toff Position wechselt scharfschütze auf dem Kamm neutralisiert guter Schuss noch einer übrig alles sicher das war's gute Arbeit der Transport ist zerstört zum Glück funktionieren ihre Beine noch Farah wartet Na los Das Sägewerk ist gleich da vorne am Fluss entlang Soap und Ghost sind wenige Minuten entfernt Verstanden Landezone sicher Gebe Änderungen durch Was war das? Kampf um Sägewerk Fahrer ist dort Kilo, bitte melden Conny Patrouillen umzingeln das Sägewerk Der Kampf wartet Der Kampf wartet, Captain Fahrer zählt auf uns Conny ist überall Fahrer, wo steckst du? Auf dem Dach Rückt vorher und ich gebe von hier auf Deckung Gers, nimm Shepard und such Deckung Schock zu mir Eins Hier drinnen aufrüsten Ich brauche keinen Aufpasser John Sie können froh sein, dass wir sie nicht fesseln Die Wasser bleiben Hier wimmelt es von Feinden Bestätigt, Sir Machen wir ihn Feuer Lief ein Sch합 Schrei Lief Schreien Ich habe Munition. Captain, bei Scharfschützen im Lagerhaus. Erster Stock! Okay. Ich kümmere mich dran. Ich bin der Lager. Ich bin der Lager. Ich bin der Lager. Der Brat geht um die Schmerzen. Bezade uns! Makarov hat viel Personal, das muss man jetzt. Weitere Feinde voraus, Captain. Captain, zwei Scharfschützen im Lagerhaus. Erster Stock. Okay, ich kümmere mich drum. Letztes Magazin! Ich hab Munition! Hm? Ich habe ihn mit einem Lager, Hauskript. Egan! Skolko ue tebe Patronom? Wollte bei uns. Gute, wenn die Stöcke nicht. Schreib auf! Stattstüche im ersten Stock, Captain! Pratsivnik idet, umschluchte. Er geht, 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 umschluchte. Gehen in den ersten Stock. Stattstüche im ersten Stock. Er geht, umschluchte. Er geht, umschluchte. Er geht, umschluchte. Fass mich! Verrückt! Verrückt! Echt! Er geht! Er geht, umschluchte. Geht euch! Ich gehe bei Tegung, bravo. Was ist das? Okay, Gebiet gesichert. Gute Arbeit, Bravo. Du auch, Kilo. Treffen hinter dem Sägewerk. Roger. Hinter dem Sägewerk. Nicht feuern. Seile mich ab. Exfiltration unterhalb dieser Klippe. Ghost ist in Position. Stoßen wir zu ihm. Sie sind weit weg von zu Hause, Kilo. Genau wie Sie, Goat Eagle. Alle Stationen. Feindliche Helis setzen Verstärkung ab. Verstanden. Positionen halten. Schützen haben Feuererlaubnis. Roger. Dann mal los. Der Wind wirgelt Schnee auf. Hat Conny dir einen Besuch abgestattet, Ghost? War nicht in Stimmung, den guten Gastgeber zu mimen. Bewegung. Da vorn. Sicher einen Hinterhalt. Ist kein Hinterhalt, wenn wir schneller sind. Gute Idee, Gas. Phara und Soap bleibt links. Gas nach rechts mit Shepard. Unterwegs. Der Wind frischt auf. Das Überraschungsmoment gehört uns. Sind alle bereit? Schuss. Schießen Sie einfach im richtigen Moment, General. Schuss. Ich sehe nichts. Bereithalten. Schuss. 활stärkung. Steckse Ally. Schuss die dein Technik. Schuss. Seh Madame. Schuss. 4ig. B-21. 5-23. L tratten. 6-25. Was? Anahein. Wir verlieren uns im Schneegestöber. Wir verlieren uns im Schneegestöber. Wir verlieren uns im Schneegestöber. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Noch nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 Noch eine ausgelöscht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020